Hallo zusammen und willkommen zurück zur Filmgalaxie. Heute möchte ich mit euch über Chantal im Märchenland reden. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe heute nämlich einen ganz besonderen Gast, meinen Bro, den Werner 2.0. Der hat den Film aufgesehen und möchte seine Meinung noch dazu loswerden, bevor wir zu meiner Kritik kommen. Denn er gehört eher zu der Zielgruppe, die dieser Film anspricht. Schauen wir uns an, was er zu sagen hat. Und dann komme ich zu Wort. Jo, danke Bro 1.0. Ich bin der krasse Werner 2.0, der Bro vom Werner 1.0. Und egal, was dieser Typ sagen wird, dieser Möchtegern-Kritiker, dieser Spießer, der hat keine Ahnung von deutschen Komödien, Bro. Denn dieser Film, Chantal im Märchenland, ist voll krass, ey. Ich habe öfter gelacht in diesen zwei Stunden, als in meinem ganzen Leben zuvor. Der war zum Dahinschmeißen und der Slang in dem Film. Nicht cringe, nicht strange, sondern genau mein Style, ey. Ich habe diesen Film geliebt, genau wie ich euch liebe, liebe Zuschauer. Und ich werde mir noch mal anschauen mit meinen Bros. Das wird ein geiler Abend mit den Boys. Und ich kann nur sagen, schaut ihn euch an. Und wenn ihr nicht nur cool, sondern krass seid, so wie ich, dann lasst ihr ein Like und ein Abo da für meinen cringen Bruder. Der wird sich wahrscheinlich freuen. Aber ich halte lieber die Fresse, bevor er mir irgendwie was sagt. Und sag nur, ciao, wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier in der... Okay, ich möchte das an dieser Stelle jetzt abbrechen. Mir wird das ein bisschen zu viel. Danke für deine zweite Meinung, Werner 2.0. Jetzt möchte ich mal was zu diesem Film sagen. Aber erst einmal stellt sich die Frage, wie stehe ich überhaupt zu der Fuck You Goethe-Reihe? Es sind ja drei Teile, die es gab. Und den ersten davon fand ich ziemlich cool. Also Fuck You Goethe 1 hat eine Menge Spaß gemacht. Habe ich mir auch ein paar Mal angesehen. Finde ich ganz cool, die Nachfolger nicht mehr so ganz. Also Fuck You Goethe 2 und 3, die fand ich jetzt nicht mehr ganz so stark. Teilweise sogar richtig schlecht. Aber ich habe mich trotzdem auf Chantal im Märchenland gefreut. Obwohl ich den Trailer damals gesehen habe und dachte einfach nur... Und trotzdem, ja, wollte ich dem Film eine faire Chance geben, da ich gerade die Schauspielerin mag. Und jetzt stellt sich erst mal die Frage, worum geht es in diesem Film. Chantal hat gerade so ihren Abschluss geschafft, findet aber keine Ausbildungsstelle. Ihre Freundin hingegen kriegt eine Zusage. Und sie gönnt ihr das nicht so richtig, weswegen es dann einen etwas anderen Lauf nimmt, diese Geschichte. Und sie eben durch ein Wunder im Märchenland landen. Und sie dort eben eine Prinzessin spielt. Und andere Prinzessinnen und andere Märchencharaktere trifft. Und einfach nur zurück will. Aber eben Content für ihren coolen Channel braucht, weil sie ja Influencerin werden möchte. Und dann nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Ich möchte jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, denn so viel Inhalt bietet diese Geschichte eigentlich gar nicht. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Eine Komödie muss ja an erster Stelle Spaß machen, lustig sein. Und das ist dieser Film an ein paar Stellen. Aber nur, wenn man dann halt eben auch nicht in die Zielgruppe fällt. Denn ich persönlich konnte jetzt mit dieser Jugendsprache nicht so viel anfangen. Mich hat das eher genervt und abgeschreckt, wie hier eben gesprochen wird, mit diesem Slang und Jo Bro und voll krass und Ei, nee und Jo und Hey und Oh. Das hat mich genervt. Diese Jugendsprache ist nicht meine Welt. Aber wenn man halt eben damit was anfangen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass man hier viel zu lachen hat. Ich saßte im Saal und direkt neben mir saßen zwei Mädels, die haben bei jeder Szene gekichert und gelacht, als wäre es die Komödie des Jahres. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt und sagt, ja, das gefällt mir total, wenn ihr mit dieser Jugendsprache heutzutage kein Problem habt, dann schaut ihn an. Dann werdet ihr mit diesem Film sicherlich genug Spaß haben. Wenn ihr gerne dumme Mädchen seht, die dummes Zeug labern und dumme Entscheidungen treffen, dann werdet ihr mit diesem Film Spaß haben. Aber ich als, ja, was auch immer man mich bezeichnen mag, normaler Kinogänger, als Filmliebhaber, was auch immer, muss zugeben, fand diesen Film größtenteils einfach nur anstrengend, weil diese Tonalität mir ja nicht gefallen hat, mir nicht zugesagt hat und dementsprechend die Gags auch größtenteils nicht gezündet haben und ich oft nur da saß und, oh Gott, nicht nur gedacht, sondern teilweise auch wirklich gesagt habe, weil das peinlich war. Das war so Fremdschirmfaktor bei manchen Szenen, wo, wie gesagt, die Mädels neben mir gelacht haben. Und das trifft dann auch auf den Kinosaal zu, der jetzt zwar nicht ganz so viel Spaß hatte wie meine Nebensitzerinnen, aber auch öfter gelacht hat als ich. Und dementsprechend hat dieser Film seine Zielgruppe. Er hat genug Publikum, dass, ja, diesen Film feiern wird, aber ich gehöre leider nicht dazu. Und die Geschichte selber, die fand ich auch total träge, ehrlich gesagt. Man hat einen coolen Ansatz, man kann aus dieser Märchen-Fantasiewelt durchaus was machen. Es gibt ein paar lustige Szenen, es gibt ein paar coole Ideen, es gibt ein paar lustige Momente, aber das hält sich so sehr in Grenzen, dass ich mich über weite Strecken wirklich gelangweilt und teilweise so richtig geschehnt habe. Also, ich würde diesen Film jetzt nicht wirklich empfehlen, außer ihr fallt eben in die Zielgruppe des Films. Dann kann ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass ihr ihn feiern werdet. Für mich war er allerdings nichts und dementsprechend gibt es keine Empfehlung von mir, obwohl er, wie gesagt, coole Kostüme hat, eine gute Idee hat, die Musik den Film auch an manchen Szenen aufwertet und die Effekte für einen deutschen Film auch gut aussehen. Also, es gibt ja so ein paar magische Momente, wo man mit ein bisschen Effekte spielt und das sieht ganz nett aus. Also, da hat man definitiv ein bisschen Geld in die Hand genommen und was Solides auf die Beine gestellt, was die Optik angeht. Die Aufnahmen sind teilweise schön mit den Landschaften, die Sets mit den ganzen Schlössern und so etwas. Das sieht auch ganz gut aus. Also, Kamera, Inszenierung, dieses ganze Handwerk drumherum, das passt. Der Film sieht gut aus, er hört sich gut an, er ist gut gespielt, ist allerdings inhaltlich nicht das, was mein Filmherz trifft. Und dementsprechend kriegt er von mir nur zwei von fünf Sterne. Es ist keine durchschnittliche Komödie, es ist eine unterdurchschnittliche deutsche Komödie. Mein Bro 2.0 wird ihn, denke ich mal, vier oder fünf Sterne geben. Der hat diesen Film, wie gesagt, gefeiert. Aber ich gehöre nicht zu der Zielgruppe, kann ihn daher nicht empfehlen. Aber vielleicht habt ihr ja eine Menge Spaß mit ihm. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie er bei euch ankommen wird. Mein Kino hat auf jeden Fall Sondervorführungen eingeplant. Also aufgrund der großen Nachfrage gibt es mehr Vorführungen von dem Film. Das ist kein Witz. Das wurde jetzt offiziell angekündigt auf Instagram. Der Film ist beliebt. Der Film wird erfolgreich sein. Mal schauen, was das für die Zukunft bedeutet. Ich bin gespannt und ich bin fertig. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns sehr bald wieder hier in der Filmgalaxie. und dann sehen wir uns sehr bald wieder in der Filmgalaxie.